Comic-Con 2016 Du hast auch noch, zieh noch das auf, was du auf deinen Kopf hast Comic-Con 2016 Ah, ist gesichert, ne? Ich wollte nur gucken, ob ihr auch drauf aufpasst Ghostbusters! Ihr seid die ersten, die ich kenne Ach, das ist schön, das freut mich Who you gonna call? Ghostbusters! Geil! Ja Why are you performing? Batman mixed with Harley Quinn Und jetzt kann man hier sich was holen? Entweder hat man schon ein Ticket fürs Foto oder man kauft sich gleich noch ein Ticket fürs Foto Kostet das? Das kostet das, ja Wie viel kostet das? 35 Euro Ein Foto mit dem, 35 Euro Können wir uns die mal kurz angucken? Nein Warum denn nicht? Nur kurz Wir haben eine Jeffreys Röhre, die darf man zum Beispiel benutzen, man darf durchkriechen Wie so ein Wartungstechniker eben Wir haben das passende Werkzeug dabei Ja, sonst macht's ja keinen Spaß Man sollte sich eben fühlen wie auf dem Raumschiff Man sollte sich eben fühlen wie auf dem Raumschiff Ja What? What? Was ist da hin? Was ist da? Ja, äh Plakat Okay Hast du? Super, danke Hast du gedient? Nein Hast dich ausmustern lassen? Hast du gekifft vorher? Nein Warte bitte was? Raven aus Teen Titans Hey, wie alt seid ihr denn? Wir sind 21 Ja, dann wisst ihr schon, dass ihr keine Teens mehr seid, ne? Jungs, jetzt mal ganz ehrlich Wenn man so geil kostetmiert ist, ne? Ist doch richtig scheiße über die Messe zu gehen Jeder will ein Foto, oder? So Leute, mal eine ganz kurze Durchsage Alle die hier stehen RöbelTV gibt jetzt doch einen Stand weiter die Autogramme Ihr steht hier alle falsch Wir haben es eins nach hinten verlegt Ja Hallo kleiner Superheldhund Ja Ja Hallo Wie geht's? Ich bin Jessica Ich bin Comic Con Germany Stuttgart Ähm Fuck Fuck Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Du hast Du Muttersohn Du Muttersohn Hi Das kann die Qualle rumlaufen Genau Und da sind wir halt Sind die da alle halbnackt eigentlich? Nee Wollt ihr gestern auch schon hier? Ja Perfekt Ja Na dann Okay Aufpassen Peter Leute sind da vorne unterwegs Können wir ganz kurz an die Seite gehen einfach So Ganz kurz nur Ja hier sieht man auch werden Poster verkauft Vielleicht noch ganz kurz dass wir noch so ein Stück Genau Ja gibt's einige die hier verkleidet vorbeigehen Auch Ne Es ist alles ein bisschen kacke jetzt weil die mir durchs Bild laufen hier Scheiße Ja Kacke Müssen wir neu machen Nee Müssen wir neu machen jetzt Mann ey Ich steh doch nicht hier und mach dreimal diese scheiß Anmoderation Fuck Fuck